Tag 15 meiner Reise war herrlich entspannend, denn die Unterkunft stand für diesen Tag schon fest. Und so ging es durch Felder und durch Wälder. Unterwegs wurde ich sogar zum Mittagessen eingeladen. Ja, da geht's gleich durch. Ich gehe wirklich quer Scheld ein, manchmal sogar durch die Felder. Links ist der Mais, rechts der Mais und ich gehe mitten durch. Und da vorne ist das nächste Dorf. Und angekommen bin ich in Siermingen. Dort habe ich bei Susi und Volker geschlafen. Das waren nämlich Freunde der Familie, bei der ich vier Tage zuvor untergekommen bin. Und das war Tag 15 meiner Reise von München nach London. Und wie es weitergeht, das seht ihr im nächsten Video.